hallo und willkommen zu dieser kleinen stream information weil ich habe mir gedacht bevor ich jetzt wieder los streame und dann guckt keinem jemand zu oder ihr wisst es nicht so und zwar ich streame morgen am donnerstag kein minecraft nämlich kingdom come deliverance auch nicht auf youtube ich streame mal wieder auf twitch ist schon eine halbe ewigkeit her in der gefühlte halbe ewigkeit 2015 2016 was glaube ich das letzte mal wo ich bei auf twitch gestreamt habe allerdings hatte ich dann nicht so großartig zeit gehabt zum stream in der zeit morgen passt bei mir heute mal ich habe mal ein bisschen was aktualisiert alles jetzt eingestellt die ganzen ellers habe mir mal die mühe gemacht ich habe mir jetzt eine stunde hingesetzt mein schädel qualmt leicht gut ich will es so kurz wie möglich fassen wie schon gesagt morgen kommt kingdom come deliverance wir machen da ab der letzten folge weiter wenn es nicht gesehen habt ihr könnt euch gern angucken auch die letzten vier folgen ich habe insgesamt fünf folgen gemacht so und am freitag start jeweils ca 16 uhr also am dorsach 16 uhr und am freitag 16 uhr streame ich morgen auf twitch freitag auf youtube oder auf twitch mal gucken muss ich mal schauen aber stecken auf youtube wir haben freitag auf youtube und zwar der minecraft das dns tag pack und irgendwie funktioniert der mod link aus den videos nicht von der extra mod entweder müsste man da das rausnehmen muss man muss ich mal nico bescheid geben dass er das rausnehmen weil wir haben sie bis jetzt nicht gebaut und der energy converter mod wurde noch nicht geupdatet so dass wir hätten sozusagen die query nehmen können ja gut das als kurzes stream und ja dann wünsche ich euch dann viel spaß beim zugucken habt noch einen schönen abend oder wenn ihr es seht guten morgen oder wenn ihr es später seht malzeit so aber nichtsdestotrotz haut rein und bis zum stream